Komm schon, du musst das nicht tun. Ich hätte dann einen Vorschlag. Du wirst einen kleinen Job für uns übernehmen. Und was? Du wirst uns den Wagen mit der Kohle liefern. Entweder das, oder du wirst sie nie wiedersehen. Oh. Willst du ernsthaft, dass deine Tochter ihre Mutter verliert? Hast du sie mal kennengelernt? Hol ich ihr raus! Wenn du das tust, werden sie mich umbringen. Hefe ist ein mächtiger Mann. Daran hättest du denken sollen, bevor du sein Auto geklaut hast. Komm schon, Mann. Hältst du jemals die Klappe? Noch ein Wort und ich stopf dich in den Kofferraum. Ich suche diesen Wagen. Einen Wagen? Vollgestopft wird Kohle. Ich war mir nicht sicher, ob du damit drin hängst. Los, los, los! Wir müssen den Wagen loswerden. Nein, wir brauchen diesen Wagen. Eine Cash-Karren. 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 Hol der Verdachte Wagen. Ich hab genug von diesem Scheiß. Ja. Meine Geduld ist endgültig erschöpft. Was sagt ihr? Das ist nicht gut. Wo ist der Schlüssel? Schlüssel? Ah, tut mir leid. Du meinst sicherlich diesen Schlüssel. Jetzt erinnerst du dich, ja? Die Flinte hat mir irgendwie auf die Springe gehauen. Ja, ist ein wahres Wundermittel. Entschuldigung. Statut. Die Flinte. Die Flinte. Die Flinte.